Ich brauche ein bisschen Eisen. Oh, war das knapp? Ich grüße euch, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde Chorus. Wir spielen auf der Map, auf der Map. auf der map auf dem ich glaub die map heißt wüste wenn wir aber nicht sicher auf jeden Fall habe ich heute Acker jetzt auf jeden Fall habe ich heute die Morse anzusprechen und ich bin da Goldrapfel ich ziehe mir jetzt einen Goldrapfel rein mehrere anscheinend auf jeden Fall grüße ich LP so so oder Sophia wie sie auch immer genannt werden möchte und ich hab noch ein anderes Thema und zwar ist es so dass ich ein Intro für Top 10 mit Seppel was momentan erstmal nicht kommt weil ich gucken muss wie das mit dem Sound wie ich das jetzt regle und so aber ich hab ein Intro dafür gemacht bekommen und das finde ich sehr geil und dafür bedanke ich mich sehr sehr herzlich und ja wo ist eigentlich der Verzauber ach da da ist der Verzauberungstisch das ist doch sehr gut oh nee kann ich hier schon abbauen ich muss mich also wirklich hier hinstellen white core white core nein 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 white da oder ja der baut ab Jungs jetzt geht doch hin Mann du ja genau Jungs echt wenn niemand hingeht passt doch mal auf oh das das sind Leute jo ja als ob als ob Junge du scheiß Arschloch boah nee jetzt belagern die uns es gibt überhaupt gar keinen Bock drauf echt komm 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 flieg doch nochmals selbst runter traust du dich nicht nee 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 okay ja Ja. Nein, jetzt habe ich wirklich keine Pfeile mehr. Ach, das ist doch ein Witz. Ich brauche ein bisschen Eisen. Oh, war das knapp. Shit. Nee. Uah. Schafft. Okay. Ein bisschen down, weil niemand hingeht. Wetten? Ja. Niemand geht hin. Jeder baut sich nur ein und macht gar nichts. Und das hasse ich an solchen Teams, die nichts machen. Pass doch mal auf. Uff. Echt jetzt. Ja, schreibt der Bad Game macht aber rein gar nichts. Er hat nicht aufgepasst. Er ist nirgends hingelaufen. Das bringt ja dann auch nichts. Echt. Gerade neue Runde. Echt. So. Und da bin ich in einer neuen Runde heute mal. Heute mal. Alles klar, Sebastian. Du schlau. Äh, nee. Also, ich hab mir gedacht, ich mach mal so ne Art Challenge. Und zwar muss ich ein schärfe 5 Eisenschwert machen und mindestens effizient 3 Dia Spitzhacke. Quatsch, nicht Dia Eisen. Weil Ja, und das versuche ich jetzt. Deswegen baue ich ganz viel Eisen ab. Hoffe, dass der Verzauber. Äh, löpfe. Du gut Deutsch gönnen. Okay, ich hab auf jeden Fall genug. Auf jeden Fall. Wenn ich noch genug, viel, zu viel übrig habe, äh, dann hol ich mir natürlich noch. Es gibt nur, äh, noch eine Rüstung. Und verzaubert die auch noch. Auf Lager 1. Oder 2. Je nachdem. So. Also. Ne, halt. Ähm. Ja. So. Erstmal. Zack. Bäm. So. Erstmal. Zack. Wie viel. Ah, das war natürlich logisch. Okay. Ich, äh, du, ich, 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 eh. Ich verzaubert die jetzt erstmal. Das kann lang dauern. So, ich hab jetzt mal zwei Stacks genommen und es ist gerade jemand im Left Core. Ich weiß. Rückstoß. Nein, es ist der Gliederfüßer. Ich könnte kotzen. Schärfe 1. Ich, äh. Ich, äh. Ich, äh. Schärfe 1. Schärfe 1. Direkt Schärfe 2 nehme ich. Schärfe 1. Schärfe 1. Ja. Schärfe 1. Schärfe 1. Schärfe 1. Schärfe 1. Vielleicht Schärfe 2. Schärfe 1. Ach, komm, Schnell. Schärfe 1. Schärfe 1. Schärfe 2, Schärfe 2 gleich Schärfe 3, Schärfe 2 plus Schärfe 2 gleich Schärfe 3. Da haben wir noch ein schärfer 1 Schwert. Da, das könnt ihr euch sonst wohin checken. Checkt euch das sonst wohin. Zack. Wenn ihr halt, ich bräuchte erstmal Sticks. Zack, das dürfte eigentlich locker lang. Wenn das nicht sogar zu viel ist. Schärfe 1, Schärfe 2. Das ist der Glieder für Sache, egal. Zack, weg damit. Schärfe 1. Wenn es ist, der Gliederfüßer will ich nicht. Rückstoß ist auch nicht verkehrt. Und Schärfe 1. So. Und Schärfe 1. Gut. Hoffentlich pack ich das in der Runde. Schärfe 1 bis Schärfe 2 gleich Schärfe 2. Äh, dann nochmal. Schärfe 1. Schärfe 1 gleich Schärfe 2. Zack, zack. Nein. Zack. Gleich Schärfe 3. Schärfe 1. Habe ich hoffentlich noch Sticks, oder? Schärfe 1. Dankeschön. Das brauche ich aber im Ernstsinn nicht. Schärfe 1. So. Gibt es langt jetzt erstmal, dass ich machen kann. Schärfe 1, Schärfe 1, Schärfe 2. Schärfe 1, Schärfe 1, Schärfe 2. Äh, ich... Schärfe 2, Schärfe 2. Schärfe 2, Schärfe 2, Schärfe 2, Schärfe 3. Zack. Schärfe 4 noch... Ja. Okay. Also, den Bogen hätte ich schon mal. Äh, Quatsch, nicht den Bogen. Schärfe 5, Schärfe, meine ich natürlich. Und zwar easy. Ne, 4, Eisen, haaaah, genug. Schärfe... Oh, ne, zuerst noch Schärfe. Nein, Schärfe 3, zack. Wie kostet das? Gut. Okay. So, okay. Soll ich euch mal was zeigen, was ich vor kurzem erst in der Schule gelernt habe? Oh Gott, man hat in der Schule was gelernt. Bam. Oh Gott, Whitecore, Whitecore. Äh, äh, interessiert mich nicht. Auch noch Ruckstoß. Auch noch Ruckstoß. Ruckstoß. Dicker, ich hab Ruckstoß. Brauch ich nicht. Passt. Passt. Außerdem... hol ich mir noch ein paar Level. Macht dann erstmal... crafte ich mir noch ein Bogen. Sogar 3 kann ich mir noch. Holen, äh, da hole ich das. Stärke. 1. Das. Stärke 1. Stärke 1. Und... Stärke 1. Was für ein Zufall. So. Zack. Stärke 2. Stärke 2. Kein Level mehr. Zack. Und Stärke 3. Okay. So. Dann... brauche ich Spitzhacken. Ich mach jetzt mal so viele. dass ich vielleicht, ähm... Effizienz 3 vielleicht rauskrieg. Effizienz 1. Effizienz 1. Nein, das war jetzt Haltbarkeit. Verdammt. Mann. Wieder Haltbarkeit. Effizienz 1. Also würde ich jetzt... Effizienz 2. Nein, ich würde... Effizienz 3 bekommen. Das ist doch schon mal was. Das brauche ich noch. Gut. Okay. So. Ich bin ein bisschen angespannt. Ich weiß noch nicht warum, aber... Spinn's. Habe ich jetzt wir... Mich muss man echt begraben. Ich hab jetzt... Hallo YouTube. Crafting Pad. Hm? Jo. Vor allem Crafting Pad. klar. So. Und jetzt mache ich... Mach ich. Mir noch Rüstung und verzaubert dir... was logisch ist wenn man verzaubert dort zeigt ihm Rüstung also Hose, Helm, Schuhe das ganze zack Helm, Schuhe Hose zack weil da kann ich, wenn ich genug Level habe wenn noch eine Schutz 2 wenn ich alles hinkriege eine Schutz 2 Rüstung machen Schutz 1 Schutz 1 Schutz 1 Schutz 1 Er wird ja in 1 Schaden kann es nicht Schutz 1 Nein Das ist echt ein Weh Ich habe ein Schwerd Das habe ich übrigens mal mit einem Tierschwert gemacht ich habe alle One Hit gemacht das war so geil aber Mann Ey wie doof ist das denn Oh, ich habe gerade zwei Screenshots gemacht Okay Oh Mann Jetzt wollte ich das noch einmal ausprobieren Ist das doof Gut, dann hoffe ich es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat dann lasst doch mal eine positive Bewertung da und wenn nicht, dann halt eben nicht schaut auf jeden Fall bei den letzten Videos vorbei Wenn ihr wollt könnt ihr auch gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video Haut Riesen Sehr gelobt